Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Call of Duty Backups 2 Multiplayer. Und ihr seht ja, hier sind ja die Standardklassen, woran liegt das? Ich habe, das werdet ihr auch gleich in den Sinn sehen, ich bin Level 1 und ich bin jetzt im Modern Technology Clan. Äh, dazu aber gleich noch mehr. Und Level 1 ist wieder, weil ich wieder mal Prestige gemacht habe. Und, äh, ja, ich weiß nicht, was ich mir davon hole. Erstmal kriegt ihr auf die Fresse. Ich kriege wieder auf die Fresse. So, äh, ich wollte mal wieder einfach nur ein bisschen wieder rumschweinen. Äh, ich werde, aua, äh, mal sehen, was ich mit dem Clan da irgendwas machen will. Auf jeden Fall, der Clanführer ist X Impulse. Den kennt ihr nicht. Er ist auch ein YouTuber. So. Achtung, feindlicher Hunter Killer Drohne unterwegs. Äh, ah, scheiße. Oh, das war knapp. Ich habe sogar noch überlebt. Äh, X Impulse könnt ihr euch mal angucken. Oder, äh, ich glaube, er hat auch einen Kanal, der heißt Impulse. Aber ich muss noch nicht prüfen. Äh, äh, äh. So. Oh, schau mir, ich glaube, er will zwei. Das geht ja hier ziemlich schnell hier mit den neuen Löffeln, wenn man schon ein bisschen besser ist. Und. Ja, ich weiß, dass ich, mein Eigenlob stinkt. Und, äh, ach nee, das ist eine Standardgranate. So, hallo. Mano. Aua. Ach, der Schütze. Ich bleib einfach mal wieder. M27. Auf die Beine. Hallo. Du warst doch nicht. Nein. Hier kommt dann noch einer. Das darf doch nicht wahr sein. Oh, jetzt bin ich mal auf der anderen Seite. Ich will immer aufs Messer wechseln. Weil ich vorher die ganze Zeit als zweites Messer hatte. Ich glaube, ich muss Level 4 werden, damit ich den Klasseneditor freispricke. Das werden wir den mal ausprobieren, ne? Ein ganz neues Spiel, der Kniss, ist es nicht. So. Dann haben wir hier ein Messer. Und den haben wir ihm Volltreffer gegeben. Yeah. Oh, da habe ich daneben geschossen. Das war nicht gut. Jetzt geht es aber wieder weiter. Ich habe jetzt mal eine Reflex-Vision. Granate fliegt! Mann! Dann legt er sich auf dem Boden. Boden! Aber irgendwie ist das jetzt... Feuer war es die ganze Zeit... Boah, guck mal! Wie schnell kommen hier bitte die Gegner jetzt? Aber wenn man Newtown Forever gespielt hat, dann denkt man... Hä? Wo ist... Gibt es hier überhaupt welche? Drohne nähert sich! So! Oh, das war knapp, das war knapp, das war knapp. Das hat auf jeden Fall weh. Der ist auch weg. Und ich werde von hinten angegriffen und bin tot! Ich bin tot! Äh, okay, okay, warte mal kurz. So! Freak Game on! Los hoch da und, äh, ja. Aber eigentlich wollte ich ja noch was zu dem, äh, Modern Technology Clan sagen. Äh, ja. Ich bin heute reingekommen. Und ich bin tot. Nein, wieder! Ich bin, also, ich bin heute reingekommen. Ich wurde von dem einen eingeladen. Der hat mich mal als Freund geändert. Ich weiß sowieso. Aber ist auch egal. Ich bin jetzt in einem Clan und... Äh, es sind bislang vier Personen drin. Es ist schon riesig. Vier Personen in einem Clan. Und ich bin tot. Alter, ey. Ach, komm, wir nehmen wieder hier. Skorpion! Jetzt gibt's aber richtig auf die Fresse, ne? So. Schnell, 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 schnell. Der ist tot. Und... Scheiße! Okay, der... Naja. Mann! So, Level 3. Ab geht's. Aua! Oder bin ich Level 3? Ja, ist Level 3. Cool. So. Und wie ihr seht, behalte ich jetzt die ganze Zeit mein Zeichen. Also die ganze Zeit das... Das gleiche Zeichen. Es ändert sich nicht mehr, wenn man... Äh... Prestige macht. Majin, hallo, ich glaube, ja. Oh, nein, ich dachte, ich bin tot, aber egal. Bin ich nicht. 1075 Punkte. Naja. 3 Level aufgestiegen geht ja. Ja, jetzt hab ich das ja auch. Alalala. Und ich hab mir zwei neue Tarnungen gekauft. Ja, ich hab mir morgen Woche... ...kauft ich morgen Woche 3 gekauft. Es ist nächste Woche da. Weil die hätten drei... ...kauft ich. Äh... ...kauft ich. Oh, ich höh. Ich bin gerade ein bisschen müde. Ich weiß nicht wieso. Oh! Und, äh... Ja, die hatten gerade keinen Käfer. Also, man warte... ...nächste Woche müsste es da sein. Äh... Und da hatte ich heute noch auf der PSF-Karte ein bisschen was drauf. Und da hab ich mir zwei neue Tarnungen gekauft. Die Welt aber noch gleich sehen. Oh, man kommt schon... ...kann auch nichts machen. Aber das hier ist noch... ...es Zeichen von mir. Ist eigentlich dasselbe wie aus dem MT-Clan. Und das ist... ...das ist ein... Ja, hier. Coyote... ...und Cyborg. Das hätte ich das vielleicht andersrum gefunden. Also, sieht so aus wie so eine Rampe. Finde ich noch da unter das Skateboard. Und dann... ...geht ab die Lutsche. Äh... Okay. Ich dachte, ich hab jetzt gerade was falsch gemacht. Weil ich hab gerade auf Escape gedrückt und zurückgekommen. Ähm, zurückzukommen. Und dann ist es auf einmal der Bildschirm schwarz geworden. Und bereits zwei Zinsen sahen nicht gut aus. Aber das Spiel startet nur. Und schon wieder Plaza. Plaza. Barbar, 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 Barbar. Naja, 0 Frames. Das ist ja ne Durchschnitt. Star-Nord. Ich hab' wieder ein. Und jetzt... Ah, jetzt... Ja, jetzt wieder mal. Äh, wartet doch mal. Ich... Ich bin gerade am Rumfummeln, ey. Ach komm, wir machen hier mal. Einer von Kimbo. Hallo? Mist. Ich bin nicht mal der Erste, der gestorben ist. Also zum Mist aus dem Kimbo. Jetzt geht er hoch. Runter. Scheiße. Wir haben die Führung verlogen. Was? Oh, ich habe ihn nur noch gekillt. Aber, äh, ja. Ich nehme mal lieber die Skorpion. Damit geht mehr ab. So, zum Beispiel hier. Jetzt kommt mal hier, da wirfst du eine Granate. Oh Mann, der kann was machen. Merzter Fußball-LP. So. So. Okay, was habe ich alles? Ach so. Nehmen wir die mal schnell auf. Komm mal, komm, komm. So. Den da hinten lassen wir mal in Ruhe. Der kann heute weglaufen. So, ich bleib mal nicht mit. Doch, ich komme nicht mit. Mütze mit. So. Und. So. Da. Oh, nun assist. Komm schon, Digga. Das war mein Kill. Ich hasse es, dass man dieses Teil nicht so weit werfen kann. Achtung. Feindliche Drohne näher zieht. Oh Mann, taktische Granaten näher. Komm schon. Und da haben wir die Drohne. Altstopp. Und da haben wir die Drohne. Blutrünstig. Und ich bin befördert worden. Yeah. Jetzt ganz ruhig hier, ne. Kein Streit anfangen. Wir sind alle in einem Team. Wir möchten alle das Beste. Und nicht. Mann. Das darf nicht wahr sein. Mal bin ich gut. Und dann werde ich wieder gleich für einen schönen Sniper gemacht. Nicht keine Sniper. Sniper sind cool. Weing. Verbündete Hellstorm-Rakete unterwegs. So. Lass mich doch mal hier durch. Der fuck schon wieder aufgestiegen? Nein. Ah, jetzt habe ich hier. Also, möglicherweise. Aber ich nehme mal einfach meine schöne MP7. Ohne Aufsätze. Oh, ist doch auch egal. So. Komm schon. Alter, ich bin Erster. Und das als Level 5 war. Ja, 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 ja. Ich weiß die. Die spielen die Standard-Modi, ey. Alter, jetzt kommt der doch der lang. Was? 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 Oh no. What the fuck? Der ist so schlau und kann mich nicht mehr mit der Bistle ankommen. Scheiße. Aber ich bin zu schlecht für dieses Spiel, weil ich keine Aufsätze drauf habe. Yeah. Ich bin zu schlecht für dieses Spiel, weil ich keine Aufsätze drauf habe. Also noch keine Klasse gemacht habe. So. 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 Mann, ey. So, jetzt geht es aber weiter hier. Denn es gibt es auf die Fresse. So. 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 Wo nimmt er dir? Rechter zerstört. Durchgebrannt. Yeah. Oh man, die sind hier drin. Nein. Ich hätte keine Granate werfen sollen. Das ist immer so. Wer eine Granate wirft, verliert. Alter, jetzt haut doch hier nicht ab, ey. Nicht mal Blickkontakt kann ich mit ihm haben. Ah, da habe ich ihn kurz gesehen. Da ist er, da ist er, da ist er. Komm, geht dich doch. So. Ey, hallo. Was wirst du hier? So. Volltreffer. Knob, sag. Äh, ich muss in die Richtung. Würde ich jetzt mal so tippen. Ja. Ja, müsste ich. Naja, 15 zu 10 ist ja ganz okay. Mann, den wollte ich haben. Und bumm. Wollte ich auch gesagt. Du musst den Granaten immer sagen, was sie tun sollen. Das ist schon schlimm. Und bumm. So, bumm. Genau. Mach blind. Mach blind. Mach blind, ey. So, fuck. Moin, warte, warte, warte. Das darf nicht wahr sein. Schrotzlinden-Noob. Schrotzlinden-Noob. Komm mal hier. Schrotzlinden-Noob. Scheiße, das ist voll. Ja, aber ich bin der Erste aus dem Team. Also, ich bin der 5. Level. Und da ist die Folge auch schon vorbei, ne? Das war die Folge. Das wollte ich nur, das zu zeigen. Als Level 1er. Ähm. Wie es einem geht. Ich bin einfach, ich spiele was man will, wie ich will. Und, denk dran. Jole mit Jot. Ciao. 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 Vielen Dank.